Hallo und herzlich willkommen zu den Nägelnagelnäustenausgaben der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Wir beginnen mit einem interviewten Doppel von Kathi und Steffen vom Podcast, Videomitschnitt und vielen weiteren Sachen, die sind letztlich im Nerd-Nerd-Nerd-Netzwerk unterwegs. Die beiden Hübschen kennen sich ganz gut. Wer uns schon länger hört, weiß das. Oder wer vielleicht die beiden schon länger kennt, der weiß das auch. Und netterweise hat sich der Steffen für uns hier in den Filmen Everest begeben. Ein Yeti will hoch hinaus und zu diesem Film, diesem Animationsfilm, hat ihn die Kathi befragt. Ja, und genau diese Besprechung, die könnt ihr jetzt hier ganz zu Beginn hören. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum Film White Crow, zu dem ich nicht viel weiß, außer dass er relativ künstlerisch ist. Es geht, glaube ich, um einen Balletttänzer. Und der liebe Chris als auch die Brit-Marie waren beide so freundlich, sich diesen Film zu geben. Die haben sich, glaube ich, sogar persönlich getroffen. So mit Hallo sagen und Hände schütteln und wisst ihr wie. Und da haben sie dann eben diesen Film auch besprochen, der, glaube ich, echt ganz geil ist, weil er auch auf dem einen oder anderen Festival lief. Ich weiß gar nicht genau, ob er groß abgeräumt hat, aber der ist dem einen oder anderen da draußen vielleicht schon untergekommen. Ja, und zu guter Letzt gibt es dann noch ein Solo zum Film Moselfahrt aus Liebeskummer. Das ist ein Film, der jetzt vor ungefähr gefühlten 50, 60 Jahren schon mal ins Kino kam. Jetzt gibt es da eine deutlich aufgewertete Neufassung von. Das heißt, das Originalmaterial findet ihr jetzt hier in, ja, ich vermute einfach hoch aufgelöst, weil es eben neu abgetastet worden ist. Vor mit deutlich sauberem Bild ein Schwarz-Weiß-Film, ein Heimatfilm eben zum Film Moselfahrt aus Liebeskummer. Und den haben sich ebenfalls Kathi und Steffen gegeben, die tatsächlich Fans des Genres sind und ich glaube, den Regisseur irgendwie auch kennen und mögen. Und die beiden wussten übrigens nicht, dass in dem Pressescreener, den sie zur Verfügung gestellt bekommen haben, dass sich dabei gar nicht um die neue Digitalversion handelt, dieser hochauflösende, sondern das war quasi das Original noch einmal. Deswegen gibt es am Anfang leichte Verwirrung, aber seid da nicht irritiert. Ich glaube, man kann das trotzdem ganz gut mitbekommen. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen zu Everest, White Crow und Moselfahrt aus Liebeskummer. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram, sowie beim YouTube-Upload könnt ihr uns genau ein solches hinterlassen. Ich freue mich drauf, von euch zu hören, ob ihr selbst mitmachen wollt, ob ihr die Besprechung cool findet oder gar die Filme, die wir hier besprechen, würde mich ebenfalls sehr freuen. Und natürlich wäre es total knorkel von euch, wenn ihr den Tele-Stammtisch und seine Ausgaben überall im Internet, wo es auch immer geht, bewerten würdet. Also insbesondere auf Apple Podcast, auf Google, auf Facebook, auf fit oder auf podcast.de gibt es da Möglichkeiten, Sterne und Punkte zu hinterlassen. Das täte dem Tele-Stammtisch sehr, sehr gut. Macht das bitte. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo Steffen. Hallo Kathi. Du warst mal wieder im Kino. Ich war im Kino bei dem Regenwetter. Ja, da ist schön trocken im Kino. Das ist wahr. War auch schön viel Platz, war wieder keiner da. Das ist schade? Das ist schade und ich glaube, das ist so eine Sache, die haben wir jetzt innerhalb dieser ganzen Pressevorführung schon mehrfach gesagt bekommen. Wenn die nicht angenommen werden, werden die irgendwann nicht mehr angeboten. Das heißt, wenn ihr das hört und ihr seid irgendwie Redakteur bei irgendeinem Outlet, News-Outlet oder sowas, geht in die Pressevorführung, sonst werden die eingeschlampt. Ja, macht das mal. Dann da glaube ich zu dritt plus Vertretung. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel. In einem großen Kinosaal. Nun ja. Was für einen Film hast du denn geguckt? Ich habe geguckt Everest, ein Yeti-Bild hoch hinaus. Das klingt nach einem Film für die ganze Familie. Irgendwer muss das Kind ja zum Kino fahren. So sieht es mal aus. Also es klingt nach einem Kinderfilm? Es ist ein Kinderfilm, ja. Nach jeglicher Definition ist es ein Kinderfilm. Geht auch nur 90 Minuten. Also es ist ja kinderkompatibel, relativ kurz. Ich würde auch sagen, trotz allem, was gleich folgt, auch relativ kurzweilig. In allermeisten Szenen, wenn er mich als Erwachsener auch nicht vollends begeistern konnte. Okay. Haben Sie ihn mit realistischen, also mit reellen Yetis gedreht? Nein, es ist ein CGI-Animationsfilm. Na, wer hätte das gedacht? Er hätte das gedacht, es ist eigentlich ein Trickfilm. Also es gibt ja kaum noch gezeichnete Trickfilme, leider im Kino für Kinder. Und auch das ist ein lustiger, kleiner CGI-Film. Optik? Okay. Ja, also es ist von DreamWorks gemacht. Entspricht dem, was man im Jahre 2019 von dem Film erwarten kann. Das 3D, was ich jetzt mitgenommen habe, war auch witzigerweise der erste Film in 3D, den ich jetzt innerhalb der ganzen Presseverführung gesehen habe. Spannenderweise. Braucht es für mich nicht. Ist ein Gimmick. Wird hier auch eigentlich dazu genutzt, die Sachen ins Gesicht zu halten. Kann man also auch vergessen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt und eure Kinder wollen den gerne sehen, guckt ihn auch gerne in 2D. Dann erzähl doch mal, worum es geht. Ja, es geht um die junge Yi. Also der Film spielt in Shanghai. Das spielt aber eigentlich keine besonders große Rolle. Es geht um Yi, die einen relativ großen Freiheitsdrang hat. Die geht also tagsüber in den Sommerferien immer aus dem Haus. Und die Mutter und die Großmutter machen sich schon auch Sorgen um sie, weil sie nicht ganz genau wissen, was sie jetzt tut. Sie ist also sehr selten zu Hause. Und Yi trifft dann eines Abends, den sie auf dem Dach des Hauses verbringt, auf den Yeti Everest. Zumindest gibt Yi ihm diesen Namen. Und Everest ist kurz zuvor aus einem Labor entflohen. Das sieht man dann. Und gemeinsam versuchen die beiden erst mal in Eigenregie Everest eben zu selbigen zu bringen, weil das wohl seine Heimat ist. Und unterstützt werden sie dabei von Jin, das ist der Nachbarsjunge, und dessen Cousin, ich glaube, das ist ein ganz seltsames Familienverhältnis, Peng, der ist ein bisschen jünger. Jin und Yi sind ungefähr in einem Alter, Peng ist deutlich jünger. Und diese Truppe hilft eben Everest jetzt durch so eine Art, ich hätte jetzt was gesagt, Roadtrip. Aber es ist schon so ein bisschen so, durch die chinesische Natur zum Everest zu kommen. Und dabei werden sie eben auch von den Schurkigen-Schurken der Schurkichhaftigkeit verfolgt, die versuchen natürlich Everest wieder einzufangen. Vorrangig eben ein böser Geschäftsmann, der sich versucht, seltene Tiere zusammen zu sammeln und eben auch ein gesteigertes Interesse daran hat, diesen Yeti zu bekommen. Warum auch immer. Das wird nicht ganz klar tatsächlich. Das ist ja meistens so. Ja. Klingt jetzt so ein bisschen nach dem klassischen Plot, den man auch von Filmen wie E.T. oder sowas kennt. Und es hat sehr viel davon tatsächlich. Allerdings ohne jetzt eine tiefer gehende Botschaft dahinter zu verstecken. Es ist ein ganz schönes Naturmärchen, weil es wirklich so, also mich hat es an manchen Situationen wirklich so ein bisschen an so eine Pilgerfahrt erinnert, so eine Reise. Nicht wirklich eine Heldenreise. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, auch wenn es so diese typische westliche Dreistruktur eben auch hat, die man dem Film sehr stark anmerkt. Also da ist der Film wirklich sehr nach Schema F gedreht. Was man dem Film aber tatsächlich ankreiden muss, ist, dass da so gut wie keine Charakterentwicklung stattfindet und alle Figuren auch mega flach und eindimensional sind. Also da ist jetzt niemand, der irgendwie groß eine etwas stärker angelegte Entwicklung durchmacht. Jin ist so ein Instagram-Influencer. Er wird im Deutschen passenderweise von Julian Bam gesprochen. Was ich echt toll finde, weil der asiatische Wurzeln hat. Dass man da so eine entsprechende Stimme dann auch einsetzt, ist ganz gut. Ich habe gerade vergessen, wer die Hauptrolle im Deutschen spricht. Ansonsten ist es relativ solide Deutsch synchronisiert, war mein Eindruck. Das macht man im Englischen tatsächlich ein bisschen geschickter. Ich habe mir das gerade mal eben aufgerufen. Also das ist ein wirklich schöner Funfact. Tenzing Norgai Trainer, dessen Großvater gehört zu den ersten Leuten, die den Mount Everest bestiegen haben. Also das finde ich einen total witzigen Funfact. Blöderweise ist halt dieser Funfact interessanter als der ganze Film. Das ist leider ein bisschen so, ja. Okay. Das heißt aber, es ist eine westliche Produktion? Es ist eine westliche Produktion. Man merkt aber auch relativ zügig, dass man diesen Film sehr stark für den chinesischen Markt eben auch konzipiert hat. Will ich den Film aber gar nicht mal so stark vorwerfen. Weil es auch mal eine schöne Abwechslung ist, wenn in Deutschland mal ein Film läuft mit einer Heldin, die nicht aus Westerkappeln oder Los Angeles kommt. Ja, das wollte ich gerade fragen. Inwieweit ist es denn auch wirklich von der Anfühlen des Settings, der Geschichte, der Art, wie es erzählt wird, auch ein chinesischer Film oder ein westlicher Film? Also wenn man nicht gesagt bekäme, dass es in China spielt, man würde es nicht merken. Das ist das Ding. Also es sind große Naturaufnahmen. Also so große Szenerien, die sind aber derartig einfarbig und meistens einfach nur grün, weil es eben so ein kleines Naturmärchen ist. Also ich kann verraten, glaube ich, gar nicht so viel, dass der Yeti Everest so Kräfte hat, mit denen er die Natur zum Erblühen bringen kann. Und das machen sie zwei, dreimal. Irgendwann kriegt dann auch, jetzt spoiler ich gleich ein bisschen, auch Yi diese Kräfte. Dafür, dass der Film eben tatsächlich in China spielen soll, ist er also sehr, 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 sehr einfarbig. Das hat man am Anfang in der ersten Stadtszene hat man das, da muss wohl abends um 20 Uhr, muss man allein schon losgehen. Für einen ganz kurzen Moment sehr schön bunt, aber auch nur eher so discomäßig. Und obwohl man sich den Rest der Zeit irgendwo in der Natur verbringt, optisch gesehen, ist es eigentlich meistens nur grün. Und das ist, das war mir ehrlich gesagt, man sieht eigentlich hauptsächlich diese vier Charaktere, die drei Kinder und den Yeti, wie sie irgendwie durch den Wald rennen oder in den Blütenmeer, durch die Gegend fliegen. Und es ist immer sehr einfarbig-grün, vielleicht ein bisschen weiß drin, ein bisschen blau. Also optisch reißt der Film wirklich keine Bäume aus, leider. Bisschen schade. Ja. Was man dem Film zugutehalten muss, ist, dass er von Jill Carlton regisiert worden ist. Also sie hat in Regie geführt. Die hat auch schon an der Monster AG mitgearbeitet. Die hatte so den ersten Drehbuchentwurf, der kam von ihr, hat auch an Jagdsaison mitgearbeitet. Also sie ist eben auch für Animationsfilme absolut gemacht, hätte ich jetzt fast gesagt. Also dann passt es eben auch, dass sie in den Filmen eine weibliche Hauptfigur in den Mittelpunkt stellt. Und man sieht an dem Yeti, also man guckt ihn sich an und er würde so, also ohne ihn irgendwie zu verändern, auch in die Monster AG reinpassen. Du siehst ihn gerade ja auch auf dem Bildschirm. Ja, auf jeden Fall. Der passt da so rein. Der ist auch niedlich, also das ist gar nicht die Frage. Und der Film hat auch Spannungsmomente und Actionmomente. Es ist aber dann doch Ehrenfilm für die ganz Kleinen. Also wenn ihr da mit euren kleinen Kindern reingeht, also wenn die so acht sind oder sowas im Saal waren, zwei Kinder mit dabei, zwei Mädchen. Einer der Leute von der Agentur hatten dann wohl die beiden Kinder mitgebracht. Und die hatten schon ihren Spaß, habe ich den Eindruck gehabt. Aber ich glaube, viel älter als die beiden und die waren keine zehn, darf man dann nicht sein. Okay. Ansonsten hat man da keinen großen Spaß dran. Okay, das hätte ich jetzt noch gefragt, für welche Altersgruppe du das einschätzen würdest. Du sagst, es gibt auch ein paar finstere Schurken der Schurkenhaftigkeit. Sind die gruselig? Sind die eher nicht so gruselig? Haben die wirklich was zu tun oder sind die nur da, damit ein bisschen Fahrt in die Geschichte kommt? Ja, das Ding ist, also gerade so die fehlende Charakterentwicklung und also das mache ich einfach wirklich am ehesten an den Schurken fest. Die sind derartig eindimensional. Und dann gibt es halt irgendwann einen Twist bei den Schurken, der einfach überhaupt nicht nachzuvollziehen ist. Da reden wir dann gleich nach der Aufnahme mal drüber. Und das kommt sehr plötzlich. Und ich glaube, das ist dann auch so der Grund, warum man sich als Erwachsener da vielleicht ein bisschen Fehlernplatze fühlt in dem Film. Weil da könnte man dann schon mal glauben, dass man ein bisschen verarscht wird in dem Moment. Weil, also das ist wirklich ein Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt habt ihr uns die eine Hälfte des Filmes das eine erzählt, stellt sich es anders raus, als es eigentlich gemeint gewesen ist. Also das ist eine Art von Charakterentwicklung, die für mich nicht nachvollziehbar war innerhalb der Schurken. Und die Kids machen so gut wie keine Entwicklung durch. Und das bisschen Charakterentwicklung, was je tatsächlich durchmacht, so dieses, ja, ich will immer alleine sein, aber eigentlich will ich gar nicht alleine sein und dies und das. Das ist so dieses Thema Show, don't tell. Das machen sie eben auch nicht besonders gut. Also den Film kannst du wirklich mit den Kindern gucken, wenn man selber nicht als Erwachsener allzu viel drüber nachdenkt, geht ja schon, klar. Aber den macht man bitte wirklich vorrangig für die Kinder an. Ansonsten hat man da, als Erwachsener hat man da, glaube ich, wenig Spaß dran. Es ist wirklich sehr flach, sehr unmotiviert. Und ich glaube schon, dass das ein Ding gewesen ist, das man auf den chinesischen Markt schieben möchte. Also das wirkt einfach wirklich so. Chinesische Hauptfiguren, das Setting in China, eine Sagenfigur, die eben in den Himalaya-Bergen unterwegs ist. So, das soll alles schon eben an das Publikum gerichtet sein. Und ja. Du hast gesagt, Charakterentwicklung ist nicht so dolle. Spannung hält sich auch in Grenzen. Wie sieht es denn mit dem Humor aus? Das ist immer so das dritte Standbein bei Kinderfilmen. Ja, der Yeti ist ganz niedlich. Der läuft auch manchmal irgendwo gegen und macht dann lustige Gesichter. Also Slapstick ist da auf jeden Fall mit dabei. Auf der Dialog-Ebene hält sich das in Grenzen. Es gibt so ein paar witzige Figuren, die mal ins Bild gehüpft kommen. Es wirkt auch im Humorbereich eher bemüht und auch eher auf den plötzlichen Slapstick-Lacher aus. Einmal so witzig sein. Hihi, jetzt mach ich mal eben was Lustiges. Oder da kommt eine lustige Figur ins Bild und mach hup. So, dann ist das irgendwie... Also, ich erzähl dir gleich, was da witzig war. Und die sind auch wirklich niedlich gemacht. Aber ich glaub schon, dass das eher als Naturmärchen gemeint ist, weil's auch in sich selber... Also, wenn man anfängt... Ich kann das nochmal wiederholen. Wenn man anfängt, über diesen Film nachzudenken, verliert er noch viel mehr. Okay. Letzter Gedanke noch, bevor du zur Wertung kommst. Wenn du eine Empfehlung aussprechen solltest, Kino, DVD-Release, was würdest du raten? Hier bei den Tele-Stammtisch-Filmkritiken wollen wir die Leute ja auch ins Kino locken. Und auch da bleibe ich bei meiner Aussage, geht mit euren Kindern ins Kino. Weil die werden, glaube ich, schon Spaß daran haben. Aber lass sie wirklich nicht zu alt sein. Maximal als Begleitperson. Und dann setzt euch vielleicht irgendwo hinten in die Ecke und guckt ins Handy. Keine Ahnung. Oder macht einen Podcast an. Ich weiß es nicht. Weil ich glaube, als Erwachsener hat man hier in dem Film wirklich keinen Spaß. Aber Kinder haben hier, denke ich mal, nehmen da genug raus, um dann hinterher auch aus dem Film rauszugehen und zu sagen, ich hatte eine gute Zeit nach anderthalb Stunden. Ja, da gibt es schon ein paar große Bilder. Ich habe es zwischendurch so den rosa-munde-Pilcher-Effekt genannt. Weil meine Oma damals immer sagte, nee, ich gucke das gar nicht wegen der Liebesszenen, sondern ich gucke das wegen der Landschaftsaufnahmen. Da sind schon zwei, drei nette Kamerafahrten mit drin. Und die Action zwischendurch ist eben für Kinder auch geeignet. Aber auf der Textebene, jetzt fast gesagt, bringt der Film tatsächlich wenig mit. Wenn ihr einen großen Fernseher habt, wartet auf die DVD. Wenn die Kinder für den Nachmittag ins Kino sollen und ihr braucht irgendwas total Kompatibles für junge Kinder, dann geht auf jeden Fall auch mit damit ins Kino. Das ist aber jetzt kein Monster AG. Also Monster AG ist durchaus auch für Erwachsene geeignet bei den ganzen Meta-Ebenen. Und hast du nicht gesehen, mit der ganzen Botschaft, die da auch drinsteckt. Also selbst auf dieser, kann man als Kind da noch was draus lernen. Es ist ja auch nicht wirklich so ein Öko-Ding, weil es geht auch gar nicht um die Erhaltung der Natur, sondern es ist halt wirklich nur so ein Jahr, wir müssen diesen Yeti fangen und dieser Yeti muss eben zurück nach Hause kommen. Also mehr ist es eigentlich auch nicht. Okay. Dann eine Sternerwertung noch von dir, wenn du möchtest? Ja. Mit Einschränkung eben, weil ich sie als Erwachsener gegeben habe. Ich habe jetzt zweieinhalb Sterne gegeben, weil es wirklich derartig durchschnittlich ist für mich. Also die Dialoge sind austauschbar, die Figuren sind austauschbar. Es ist alles sehr klischeehaft. Es ist auch nicht so aufdringlich schlecht. Es ist nicht wirklich schlecht, aber es ist halt auch nicht gut. Es ist eben durchschnittlich. Okay. Gut. Aber nicht schlecht ist ja auch schon mal... Nee, nicht schlecht. Es ist der kleine Bruder von Scheiße. Gut, so wollen wir mit dem Film jetzt vielleicht dann doch nicht ins Gericht gehen. Dann danke ich dir für deine Einschätzung. Hast du noch irgendwas ganz Wichtiges zu sagen zu dem Film? Wupp! Herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch. Ich bin der Chris und mit dabei ist die Britt-Marie. Hallo. Hallo. Wir sprechen über den Film The White Crow, der am 26. September 2019 seinen Filmstart feiern wird. Er hat eine Länge von zwei Stunden und sieben. Ralf Feinz hat Regie geführt. Das ist bemerkenswert, weil man ihn ja doch eher als Schauspieler kennt. Und das hier war wohl seine dritte Regiearbeit. Und der Film selber war zum Großteil in Russisch und ein bisschen in Englisch und Französisch. Was schwierig war, weil das Einzige, was ich gut genug konnte davon, war Englisch. Also Gott sei Dank für die Untertitel. Ja, die Untertitel waren zwar ein bisschen nervig, weil du natürlich lesen musst. Und wenn du das nicht gewöhnt bist, das ist ein bisschen ungewohnt. Ich konnte mir das Russisch so ein bisschen herleiten, weil ich ja als Muttersprache Polnisch habe. Da sind einige Wörter sehr ähnlich. Und da kann man zumindest den Kontext raushören. Das ist schon mal nicht verkehrt. Aber Französisch kann ich so gar nicht. Daher war ich auch ganz froh, dass es dann Untertiteln gab. Ist aber interessant, dass es zumindest das, was wir jetzt gesehen haben, das war ja überhaupt nicht gedappt. Also weißt du, ob da noch eine gedappte Version rauskommt? Da habe ich jetzt nichts drüber gelesen. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht synchronisiert wird. Nee, das glaube ich nämlich auch nicht. Ich denke mal, die synchronisierte Fassung ist wahrscheinlich nur noch nicht erhältlich gewesen, als wir jetzt geguckt haben. Aber eine Frage, ich weiß nicht, ob du das so beurteilen kannst. Ich habe das ja oft so, wenn ich einen Film gucke und dann sprechen irgendwelche Leute russisch. Oft sind es ja irgendwie die Bösewichtigen, James Bond oder so. Dann sitzt neben mir oft, also ab und zu mal sitzt eine Freundin neben mir und die so, oh, die sprechen so schlecht russisch. Die hat so einen krassen Akzent. So spricht kein normaler Russe russisch. Kannst du beurteilen, ob das russisch in dem Film gut war? Oder weißt du auch nicht so richtig? Kann ich nicht. Nee, nee, im Polnischen könnte ich das noch sagen. Aber im Russischen, also es gibt einige deutsche Filme, wo ich dann sagen könnte, okay, das haben die auswendig. Nichts gelernt, weil dann der Akzent so extrem ist. Also der deutsche Akzent, der dann so ein bisschen durchscheint. Und ja, das schon, aber ansonsten eigentlich eher weniger. Also ich weiß zumindest, dass der Hauptdarsteller, der also Nureyev spielt, der tanzt in Russland. Also der kommt aber aus der Ukraine. Also ich vermute, der wird hoffentlich einigermaßen russisch sprechen können. Aber das ist auch nur geraten. Also ich kann das auch nicht beurteilen. Aber okay, das hätte mich nur mal interessiert so im Vorhinein. Ja, worum geht's in dem Film? Kannst du das kurz zusammenfassen? Ja, im Grunde ist der Film ein Ausschnitt aus dem Leben von Rudolf Nureyev, einem sehr bekannten Balletttänzer, den man vielleicht auch kennt, wenn man vom Ballett nicht so viel Ahnung hat, so wie ich. Ich liebe Ballett, ich hab aber keine Ahnung und ich kenne Nureyev. Das war so, oh ja. Und es geht um eine Szene aus seinem Leben. Und auch darüber wusste ich tatsächlich ein bisschen was, weil das eben so spektakulär war. Er war ja russischer Tänzer zur Zeit, als es noch die UdSSR gab, wo es eben auch noch den eisernen Vorgang gab. Und mitten im Kalten Krieg, war es 1961, glaube ich, gell? Da spielt zumindest dieser Vorfall, den wir sehen. Da flieht Nureyev in den Westen. Wie sich das angeblich abgespielt hat, das hat alles so ein bisschen so eine Thriller-artige Geschichte, dass er eben mit dem Kirov-Ballett in Paris war, um ein Stück aufzuführen. Und die waren fünf Wochen da und haben dann eben getanzt. Und am Ende, als sie dann wieder heimfliegen sollten, hatte Nureyev aus diversen Gründen Angst, dass er eben ins Gefängnis kommt, wenn er wieder zurückgeht nach Russland und nicht mehr tanzen kann. Und hat dann eben beschlossen zu fliehen. Und hat dann Asyl gesucht im Westen, sprich in Frankreich, da in Paris. Und diese Szene, um diese Szene dreht sich eigentlich der ganze Film. Und um dieser Szene eben ein bisschen Kontext zu geben auch, also wer ist das, der da überhaupt fliegt und warum? Und wie hat sich das zugespitzt? Und überhaupt erfahren wir quasi biografisch ein bisschen was aus dem Leben Nureyev. Also Geburt und wie er eben zum Tanz gekommen ist und die Ausbildung und wie er dann eben in Paris gelandet ist. Also das erfahren wir alles. Aber im Grunde ist der Dreh- und Angelpunkt diese Flucht in den Westen. Genau. Der Film basiert übrigens auch noch auf einem Buch und zwar von der Frau Julie Kavanach. Keine Ahnung, eine britische Journalistin. Ich kenne das, glaube ich auch. Keine Ahnung. Na, also es gab ein Interview von den, also von den Leuten, die da mitgemacht haben eben. Und es gab ein Interview, in dem, ich glaube David Hare, der Drehbuchschreiber, gesagt hat, dass er von dem Buch inspiriert war. Und zwar eigentlich nur von den ersten sechs Kapiteln, die wohl genau diese Flucht in den Westen umreißt. Und da hat er halt gesagt, dass das Ganze, ja, schon wie gesagt, so ein bisschen so eine Thriller-artige Sache war. Und dass er sich halt vorstellen können, da eben auch so ein Thriller drumherum zu stricken. Und dann ist er mit dem Material eben zu den Producern gegangen, beziehungsweise Ralph Fiennes. Und der meinte dann, ja, ja, hast du schon recht. Aber um das verständlich zu machen, wie es dazu gekommen ist, da brauchen wir ein bisschen Kontext. Und da muss das Ganze eingebettet drin sein. Und deswegen ist das wohl dann auch so gekommen und so gemacht worden. Genau, und statt eigentlich diese, ja, gefühlte zehn Minuten, die die da erzählt haben, einfach nur so plump abzufilmen, hatten die ganz interessante Sprünge gemacht. Und zwar, diese Geschichte wurde ja ganz normal erzählt. Also diese Reise Richtung Paris und wie er dann halt seine Aufführung hat, die werden erzählt. Und dann Schritt für Schritt, jedes Mal, wenn er irgendwas gemacht hat, was ihn an seine Heimat oder an seine Vergangenheit erinnert, springen wir dann auch komplett in diese Geschichte. und sehen dann halt auch, wer ist denn diese Person? Wer ist denn dieser Tänzer? Was passiert denn oder was ist passiert, dass er jetzt an dieser Situation oder an dieser Stelle im Leben steht und die Entscheidung trifft, die er gerade trifft? Weil die sind ja dann schon doch ein bisschen gewagt, im Vergleich zu seinen anderen Tänzer und Tänzerinnen, mit denen er unterwegs ist. Ja, also, dass er eben ausgeht nachts und feiert und eben sich dem kapitalistischen Leben ergibt und irgendwie auch in vermeintliche Stripclubs geht und was nicht alles. Also der macht da Party und macht Party hart. Und man muss dazu auch sagen, das Ballett ist in Paris ja nicht alleine. Die sind von KGB-Agenten begleitet worden, die regelmäßig auch die Leute eben überwacht haben, die beschattet haben auch, geguckt haben, wo sie unterwegs sind. Das war also normal. Viele der Chefs dieser Truppe, die da mit gewesen sind, Organisatoren und was nicht alles, das waren ganz klar politisch engagierte Leute. Das heißt, man wusste, dass man ständig überwacht wurde und eigentlich keine Freiheiten hatte. Nureyev nimmt sich diese Freiheiten einfach. Natürlich ist er abhängig davon, dass dann auch sein, ja, wie sagt man, Ballettchef, sage ich jetzt mal, auch nickt und sagt, okay, ihr könnt weggehen. Ja, also ein bisschen muss man seine Schäfchen am langen Zügel dann auch gehen lassen. Aber ja, er hat das halt wirklich ausgenutzt. Ja, fädelt das aber auch immer schön ein in den Kontext. Wenn er fragt, dann sind meistens auch noch Dritte da, die eventuell nicht mitkriegen sollten, dass sie da in so einer kurzen Leine gehalten werden. Und dann dementsprechend provoziert er auch. Ja, der weiß schon, der weiß schon, wie er das, also in der Beziehung zumindest weiß er schon, wie er das System bedienen muss. Ja, also immer mit Zeugen, immer wenn Presse oder so dabei ist oder Öffentlichkeit an sich dabei ist. Ja, also der weiß das schon. Deswegen ist es auch so überraschend, dass dann am Ende er tatsächlich vor diese Situation oder in diese Situation gerät, dass er, ja, nach Russland zurück abkommandiert werden soll und da wahrscheinlich dann am Ende im Gefängnis landet oder zumindest seine Karriere als Tänzer vorbei ist. Da habe ich mir nämlich auch gedacht so, na, hätte er weniger provoziert und hätte das Ballett oder der Ballettchef oder der KGB oder wer da alles noch mit drin hängt, hätten die dem nur ein bisschen mehr Freiheit gegeben. Ja, ich glaube, dann wäre das zu diesem Punkt gar nicht gekommen. Also hätten die weniger Druck gemacht. Zumindest wirkt es so im Film, ne? Dass das halt... Ja, ich glaube aber, dass da... Ich glaube, da steckt schon recht viel Wahrheit drin. Denn es war ja auch so, Nureyev, ja, ist ein Genie, ein Tanzgenie. Aber wie das mit Genies halt so ist, das sind halt oft schwierige Persönlichkeiten. Und da war er ja keine Ausnahme. Das sehen wir im Film auch immer wieder. Und das entspricht wohl auch so der Wahrheit. Also der hat sich im Leben, war der auch immer sehr schwierig. Er war auf jeden Fall durchgängig nicht sympathisch in diesem Film. Sehr launig, sehr, sehr bösartig teilweise auch. Hat die Leute irgendwie angeschrien. Angeschrien sogar, ja. Ja, ja, also ganz wirklich richtig unhöflich. Also unhöflich ist untertrieben, ja. Also eine ganz, ganz schwierige Persönlichkeit. Ja, total. Und ich habe den ganzen Film hinweg halt mit mir gehadert, ob ich ihn jetzt sympathisch oder total bescheuert finden soll. Und auch so seine, die Art und Weise halt, wie er seine Entscheidungen dann getroffen hat, die waren so irrational teilweise. Zumindest wirkte das so auf mich. Und ich bin konstant in so einer Situation gewesen, wo ich innerlich gekämpft habe und überlegt habe, okay, ich verstehe ihn. Einerseits, er kommt jetzt so in den Westen und hat dann im Endeffekt, zumindest zeigen die das, ja im ganzen Leben hinweg ja nicht wirklich was geschenkt bekommen. Er hat sich alles erkämpft, er hat alles versucht irgendwie, um sich halt seine Freiheiten, um seine Passion durchzudrücken. Und was ich halt jetzt sehr seltsam finde, weil das hattest du jetzt gesagt und es steht halt auch in seiner Wiki-Seite, dass er ein Tanzgenie ist und das auch total toll kann und bla und sowieso. Er wird aber im Film durchgängig so dargestellt, als wäre er total clumsy, sagen sie dann immer, so tollpatschig. Ja, aber das ist natürlich, das ist glaube ich, das ist Absicht natürlich auch von der Obrigkeit, um ihn klein zu halten. Ja, also ich habe da, wie gesagt, ich bin ja auch kein, ich habe von Tanzen nicht so viel Ahnung, ich sehe es gerne, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ob der eine besonders tolle Technik hatte oder nicht. Also die Tatsache ist glaube ich schon so, er hat ja relativ später auch im Tanzen angefangen und was er hatte und ja, also er hatte dann später wohl auch die Technik, aber was er hatte und ich finde, das sieht man halt ganz, ganz deutlich, wenn man sich mal Originalaufnahmen oder auch Interviews von ihm anschaut, aber vor allen Dingen die Originalaufnahmen, da ist am Ende im Abspann sieht man auch ein bisschen was von den Originaltänzen, der war halt unheimlich charismatisch. Also es war eine unheimlich charismatische Persönlichkeit oder wenn du einfach mal Bilder googelst oder so, wenn du den so siehst, also du siehst schon alleine auf den Bildern, das finde ich immer wieder so wahnsinnig überraschend, du siehst halt auf den Bildern schon allein, was für ein Charisma dieser Mann hatte. Ja, und wenn der tanzt, also ich, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, ich kann schon verstehen, dass da Männer und Frauen ihm zu Füßen lagen und irgendwie, also der war ja dann wirklich hoch gefeiert und dieses Charisma, das hat leider der Schauspieler, der ihn hier spielt, nicht. Ja, also das ist vielleicht was, wo man sagen kann, man verzeiht ihm quasi alles, nicht nur, weil er ein genialer Tänzer ist, sondern weil er auch dieses Charisma mitbringt. Also man verzeiht ja Leuten, die man irgendwie charismatisch, charmant oder ja, anziehend findet, immer mehr. Und dieses Charisma, das fehlt mir so und das ist das, was mir hier echt gefehlt hat in dem Film. Das ist natürlich aber auch schwierig, weil das ist etwas, was natürlich diese Person Noyev hatte, ja. Und das ihn unverwechselbar irgendwie gemacht hat. Und das kann man natürlich dann auch schwierig, ja, duplizieren für einen Film. Ja. Das geht halt nicht, ja. Ich fand aber auch bei ihm, er hat sehr, ja, wie so ein Holzklotz-Schauspieler. Das ist so krass, da wollte ich nämlich noch drauf eingehen. Und zwar, man muss dazu sagen, also Noyev, wie gesagt, ist ja Tänzer und dann ist es immer schwierig, wenn man so Ballettfilme hat. Man hat ja dann oft irgendwie Schauspieler, die dann die Hauptrolle spielen und dann irgendwie Doubles, die die Tänze machen, ja. Oder nur so aussieht, es wird viel geschnitten in den Tanzszenen, dass du irgendwie nur die Doubles siehst oder so. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass Noyev, also die Hauptfigur von einem Tänzer gespielt wird, nämlich Oleg Ivenko, der ursprünglich aus der Ukraine kommt, aber eben jetzt in Russland tanzt und der auch ein bekannter Tänzer ist. Das heißt, tanzen kann der, ja. Ich habe gelesen, ich kann jetzt auch nur sagen, ich muss mich da jetzt drauf verlassen, was gesagt wurde, dass die Art, also die Tänze, die wir im Film gesehen haben, dass die wir gut gewesen sind, ja. Also, dass es ordentliches Handwerk ist und nicht irgendwie nur so ein bisschen Triple, Triple, Schnitt, Double Body, Schnitt zurück zum Schauspieler oder so. Dafür, dass es ein Tänzer ist, der ja eigentlich gewohnt ist, mit seinem Körper zu schauspielern, also nicht wirklich zu schauspielern, wie wir das kennen für einen Film. Zu arbeiten. Fand ich, dass der super geschauspielert hat. Also, ich war wirklich überrascht. Ich hätte mir noch hölzern erwartet. Ich fand ihn jetzt eigentlich gar nicht so hölzern, wie ich erwartet hatte. Vielleicht hatte ich dann auch so niedrige Erwartungen, dass ich es schon wieder gut fand. Ich kann es dir nicht sagen. Also, ich fand ihn jetzt aber nicht extrem schlimm hölzern oder so. Ich fand, er hat es eigentlich ganz gut hingekriegt. Ja, ich bin ja in den Film reingefallen, mehr oder weniger, ohne vorher was zu lesen. Und ich habe nur kurz den Trailer gesehen. Also, ich versuche so wenig wie möglich von außen, irgendwie mitzubekommen. Erst mal von den Schauspielern und Schauspielerinnen und von allen drum und dran. Und auch von der Geschichte. Ich habe erst im Nachhinein dann noch mal nachgelesen, dass es tatsächlich eine Person ist, die existiert hat. Ah, du fandest Nuriyev also nicht? Beziehungsweise? Nein, überhaupt nicht. Ah, okay. Das war der Grund, warum ich überhaupt gesagt habe, ich möchte den Film besprechen. Wie lustig, wie lustig, wie das manchmal so ist. Wie man so von zwei Seiten kommen kann. Ja, also, ich fand ihn sehr interessant. Also, von den kurzen Ausschnitten, die ich gesehen habe, fand ich den interessant und dachte mir so, okay, das kann ich mir mal geben, weil ich, wie du schon sagst, Ballett ist halt eine sehr, sehr schöne Kunstform auch. Und auch wenn man sich nicht wirklich auskennt, kann man das auch irgendwie genießen. Ja. Und auch die Tanzeinlagen waren ja auch großartig, muss man schon sagen. Und auch ganz ehrlich, also ich muss das dazu auch sagen, ich gucke, ich bin ein Tanzfilm-Fan. Und dazu muss ich leider auch sagen, scheißegal, wie schlecht der Film ist, wenn es ein Tanzfilm ist, dann sehe ich den meistens. Dirty Dancing. Und Ballettfilme und sowas sehe ich halt auch super gerne. Und auch wenn ich nicht so viel Ahnung habe, finde ich zu erzätig immer sehr ansprechend. Ja, gerade auch Ballettfilme. Ich meine, so ein Balletttänzer ist halt natürlich auch echt gut aussehend. Ja, also die haben auf jeden Fall eine Körperspannung. Ja, und ich meine, das ist ja auch im Ballett musst du ja, ich habe lustigerweise vor einigen Wochen habe ich nochmal mir Der Tänzer angeschaut, das ist die Dokumentation über, wie heißt der, Pulin oder ne, Polunin, über Sergei Polunin, dieses Enfant Terrible des Tanzes. Das ist der, vielleicht hast du das gesehen, das ist der, der zu Take Me to Church getanzt hat. Das gibt es ein ganz, ganz bekanntes Video. Das ist Polunin und da gab es eine Dokumentation über ihn und wo übrigens auch hier der Drehbuchschreiber, der in diesem Film The White Crow mitgemacht hat, der hat in dem Film auch mitgemacht, ja. Also der hat dafür auch geschrieben und das ist nur so eine kleine Connection zwischen dem Film und dem anderen Film. Auf jeden Fall habe ich das nämlich noch gesehen gehabt und in dem Interview meinte Polunin nämlich da, dass ein Balletttänzer soll wie eine gespannte Seite, wie eine gespannte Bogenseite sein. Also stählern und hart und definiert, ja. Russisch halt. Ja, und das sieht man aber, ja, aber halt auch vom Körper her. Er hatte nämlich sich unterhalten darüber, das fand ich ganz lustig. Er meinte halt, also der ist mit einer Ballerina zusammen, er meinte aber, er würde Frauen, die keine Ballerina seien, bevorzugen, weil die nicht so hart ausdefiniert wären. Er fände es netter, wenn alles so ein bisschen weicher wäre, ja. Ja, das fand ich eigentlich ganz süß, von der, wie er das so erzählt hat. Und er meint dann, in dem Zuge meinte er halt, dass Balletttänzer eben immer hart definiert sein sollen, einen Bogen auf einer Seite. Und das sieht man hier auch, ja. Also in The White Crow, das ist schon so. Also rein vom Ästhetischen her ist es halt schon sehr schön. Ich muss dazu aber auch sagen, es war mir dafür, dass es als, also wird es als Tanzfilm verkauft? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich wird es ja als Thriller verkauft, in dem getanzt wird. Aber dafür, dass es sich um Nureyev handelt, also wirklich das Genie der Tanzwelt im 20. Jahrhundert, dafür war es mir zu wenig Tanz. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich hätte mir mehr Tanz gewünscht. Ich finde auch, der Film ist da besonders stark, wo es um das Tanzen geht. Schwierig, schwierig im Nachhinein zu sagen. Also ich fand viele Punkte jetzt angesichts dessen, was das für ein Mensch ist und was er da durchlebt hat und was er da jetzt im Alltag irgendwie, ja, mitgemacht hat. Also der wurde ja die ganze Zeit unterdrückt. Jetzt, wenn man jetzt nur die Zeit in Paris sich anschaut, wurde er die ganze Zeit beobachtet. Er seine Auswahl an Möglichkeiten, die er offiziell hatte, waren sehr beschränkt. Die hat er sich dann aber trotzdem genommen. Und das ist ja, finde ich, jetzt überwiegend so diese Geschichte, die wir gezeigt bekommen, mit natürlich Rückblenden. Und daraus kann man sich dann dieses ganze Bild dann machen. Daher, man hat im Endeffekt wenig Tanz gesehen. Das stimmt schon. Die Frage war natürlich für mich, wenn ich jetzt in einen Film reingehe und weiß nichts davon, wo ist der Fokus? Und der Fokus war jetzt für mich jetzt gefühlt nicht auf dem Tanzen, sondern auf der Geschichte von dem eigentlichen Tänzer. Auf der Flucht, ja. Oder Asyl, genau, ja. Ja, wobei, er war ja, gefühlt war er ja am Anfang nicht die ganze Zeit auf der Flucht. Er ist ja ganz, er hatte stringent halt etwas vor. Das hat man halt immer gemerkt. Ob das jetzt eine Karriere war oder ob das jetzt irgendwie nicht dieses langweilige Nine-to-Five-Job-mäßige, was die da jetzt irgendwie hatten, was auch immer da arbeiten sollte. Oder es ganz einfach war, dass er einfach flüchten wollte aus der Sowjetunion. Das wurde ja nicht wirklich die ganze Zeit deutlich. Es ist dann zum Schluss, es ist dann so gekommen, dass er dann geflüchtet ist. Aber da hat er sich dann zumindest im Film halt auch so ein bisschen schwer getan und musste auch kurz überlegen, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Also es wirkte für mich nicht so, als würde er stringent jetzt irgendwie sagen, okay, ich möchte jetzt unbedingt aus der Sowjetunion fliehen. Weil dann wäre das der Fall, hätte er sich auch, bin ich der Meinung, der ist so klug gewesen, da hätte er sich anders benommen. Dann hätte er das irgendwie anders eingefädelt. Zumindest in der Zeit, wo er dann halt so Freizeit hatte, wo er sich dann irgendwie Louvre angeschaut hat und sich Zeit genommen hat, um die Stadt anzuschauen. Ja, der Film stellt es schon ganz gut dar, finde ich, dass hier verschiedene Dinge zusammenkommen, die dazu führen, dass etwas auf die Spitze getrieben wird. Und das kulminiert dann eben in dieser Flucht vom Flughafen. Die glaube ich, wie gesagt, also zumindest wenn wir nach dem Film gehen, war das alles nicht so geplant, ja. Also das stimmt schon. Was ich ganz spannend fand und das, finde ich, ist ein Plus in diesem Film, also es ist natürlich eine Biografie und es ist auch ein bisschen ein Tanzfilm, natürlich, ja, und ein bisschen Thriller, also lässt sich da nicht so richtig einordnen. Was ich aber ganz schön finde dafür, dass es eine Biografie ist, dass wir so ein bisschen von diesen klassischen Biografiefallen, die es ja oft gibt, die umgehen wir, ja. Also ich meine, der Klassiker ist ja irgendwie, keine Ahnung, Person A, Tänzer, kommt in den Westen, verliebt sich in Person B und beschließt dann zu fliehen oder so, ja. Also das haben wir ja nicht. Oder, oder, keine Ahnung, oder hier gequälter Tänzer irgendwie. Also es gibt ein paar Klischees, die in dem Film auch bedient werden. Es gibt auch einige Szenen, wo ich denke, da ist mir das zu drüber, ja. Da ist mir das zu viel. Zum Beispiel, wenn es um die Kindheitsszenen und so geht. Aber da können wir gleich nochmal zwei, drei, sage ich gleich nochmal drei Sachen. Aber ich finde, wie gesagt, dass bestimmte Klischees einfach umgangen werden und das ist ein Plus in diesem Film. Dann gibt es natürlich auch wieder Dinge, wo man sagt, wie zum Beispiel jetzt diese Kindheitsszenen, die mir dann zu viel sind. Also diese klassischen Schnitte zurück in die Vergangenheit an bestimmten Stellen in der eigentlichen Haupthandlung, die sind mir manchmal ein bisschen zu viel. Wie so ein Holzhammer, oder? Ja, es ist nicht nur, erstens finde ich es, es sind zu viele Rückblenden. Also ich finde, man hätte längere Szenen zwischendrin haben können am Stück. Und dann hast du aber genau diese Holzhammer-Geschichte. Also zum Beispiel eben die Tatsache, dass man dann so Rückblenden hat in seine Kindheit, wo man dann irgendwie sieht, dass die Mutter sich morgens um vier mit dem Schlitten im Schnee aufmacht, um den Kindern irgendwie, keine Ahnung, Essen zu besorgen. Oder dass der Vater dann nach dem Krieg nach Hause kommt und eben überhaupt keine Beziehung zu seinem Sohn hat und ihn dann irgendwie alleine im Wald sitzen lässt, während er jagen geht. Also das sind alles so Szenen. Es hat schon ein bisschen was von Hänsel und Kretel zwischendrin gehabt. Also es ist doch alles sehr, sehr klischeebehaftet. Das heißt nicht, dass es nicht vielleicht schon so gewesen sein könnte. Ja, aber ja, es wirkt sehr klischeehaft und sehr, ja, Holzhammer. Diese Holzhammer-Methode war einfach zu viel. Also ich fand das charmant, dass sie tatsächlich diese kurze Geschichte, die sie ja eigentlich nur erzählt haben, mit diesen Vorgeschichten so ein bisschen bereichert haben. Aber es wirkte teilweise wirklich so ein bisschen plump und reingedrückt. Von wegen, okay, wir müssen die Geschichte jetzt erzählen, sonst versteht man jetzt gerade diesen Kontext nicht. Deswegen, das ist das, was ich meinte mit, ich finde, der Film ist da am besten, wo es um seinen Tanz geht. Denn wir haben auch Rückblenden in seiner Zeit an der Ballettschule oder an der weiterführenden Ballettschule und wie er dann eben zum Kirov-Ballett gekommen ist. Und ich finde diese Szenen auch, die finde ich am spannendsten mit in seiner Biografie oder in diesem Film, auch abgesehen von der eigentlichen Flucht, weil wir dann nämlich auch ganz interessante Dynamiken haben mit den Personen um ihn drumherum. Also wir haben ja seinen Mentor oder Lehrer Pushkin, der von Ralf Feinz gespielt wird und dessen Frau. Und das ist ja dann ein ganz, ganz seltsames Beziehungsdreieck, das sich dann da auftut. Und Ralf Feinz, muss ich auch sagen, spielt auch diesen Pushkin ganz toll. Also einen sehr devoten, ruhigen Vertreter, den man eigentlich nur als Zuschauer nehmen will und schütteln will und sagen will, werd ich doch mal. Und die Ehefrau, die eben zuerst, meint man, so eine Art mütterliches Interesse an Nureyev zeigt, um ihn dann am Ende zu verführen. Und Nureyev, der das mit sich machen lässt, ist, obwohl er zumindest, das habe ich dann noch gegoogelt halt, obwohl er ja eigentlich homosexuell war und dann aber trotzdem diese Beziehung mit dieser Frau hatte. Und dann ist dann auch die Frage, was für eine Demamik hatte das? Also das hat ja so eine mütterliche Komponente ist da ja auch drin. Also es ist ganz, ganz schwierig. Aber das fand ich mit am spannendsten. Und ja, da geht es um die Sexualität des Tänzers, aber das ist trotzdem nicht das, was im Mittelpunkt des Filmes steht. Ja, aber es wird die ganze Zeit damit gespielt. Ja, das finde ich aber gut. Ja, finde ich auch gut. Ich finde es nur ein bisschen problematisch, weil er, wenn das ein queerer Tänzer war, dann ist es ein bisschen schade, dass sie das immer auch so auf einer Metaebene versucht haben zu verstecken. Denn auch in Frankreich lernt ihr ja eine Frau kennen und diese Frau verhilft ihn dann natürlich dann auch zur Flucht. Aber er liebäugelt dann auch immer noch mit zwei, drei anderen Typen. Wobei, das fand ich aber ganz gut, weil ich hatte schon das Gefühl bei dieser Freundschaft, die er dann mit dieser Chilenin hatte, in Frankreich, die mir dann auch geholfen hat, da hatte ich schon das Gefühl, dass das alles auf platonischer Basis abgelaufen ist. Also dass das echt eine Freundschaft war und keine Beziehung. Also das fand ich jetzt nicht so schlimm. Aber es gab so ein paar andere Typen da drin, wo ich dachte, oh, Nackdigal, ich höre dir trapsen. Also dass da vielleicht ein bisschen mehr Interesse da war. Dass das alles so fließend ist und man nicht so richtig weiß und ihn vielleicht nicht richtig verordnen kann, finde ich jetzt aber nicht unbedingt schlecht, ja. Ja, es fühlt sich so ein bisschen halb, weil die so nach Straightwashing, also nach Straightwashing. Das habe ich so überhaupt nicht empfunden, weil, und dann, es kommt vielleicht daher, dass ich heterosexuell bin, ich weiß es nicht, aber ich habe das so nicht empfunden, weil ja eben auch Szenen drin waren, immer wieder auch, seinem Freund, den er ja auch in Russland hatte, mit dem er ja auch offensichtlich in der Beziehung war. Also ich hätte gesagt, Es wurde eigentlich thematisiert. Im Worst-Case-Szenario B, ja. Ja, aber das, Aber definitiv nicht heterosexuell. Ja, aber das wurde auch nicht so richtig dargestellt. Also klar, es gibt eine Szene, wo man das eventuell erahnen konnte, wo, ja, wo er dann auf dem Bett saß und sein Lover, der ihm auch Englisch beigebracht hat, irgendwie auch halbnackig dort im Raum steht und sich mit ihm streitet. Aber das ist ja auch die einzige Szene. Und dann sieht man nur noch Augenkontakt. Klar, künstlerisch gesehen ist es interessant, aber wie wir ja schon in den letzten... Ja, aber die heterosexuellen Dings werden ja auch nicht gezeigt. Also, weißt du, das ist ja nicht... Naja, es wird schon gezeigt, dass sie, also die Andeutung mit der, mit der Frau von dem Lehrer, von dem Tanzlehrer, da sieht man schon offensichtlich was... Nein, aber was ich meine, es wird nicht explizit gezeigt, ja. Und genauso wenig... Das macht nichts. Ja, aber genauso wenig... Das finde ich auch in Ordnung. Ja, aber warum wirfst du dann, Also, ich will hier ja jetzt keine... Zumindest Zärtlichkeit. Darum geht es ja in dem Film gar nicht. Ich will auch keine Diskussion vom Zaun brechen. Aber was ich damit sagen möchte ist, ich finde nicht, dass weniger explizit auf die eine Beziehung angegangen wird, als auf die andere. Das war beides einfach nicht explizit. Das war in beidem nur angedeutet. Also es... Nee, ich... Also, ich fand die heterosexuelle Beziehung deutlich expliziter, weil man wirklich sieht, dass da ein Verkehr stattfindet, als die homosexuelle. Und der Grund, warum ich das jetzt nochmal unterstreichen möchte, ist, dass ein ganz großer Trend momentan ist, das Ganze vor allem bei populären Schauspielern oder Sängern oder sonstigen, wie jetzt auch Queen, dass man das halt, dadurch, dass das an eine breite Masse gerichtet ist, dass man das halt versteckt und es nicht explizit dann auch ausspricht. Gut, bei Queen kann ich es nachvollziehen. Da fand ich nämlich auch, dass das fast gar nicht vorkam. Also die homosexuelle Seite von Freddie Mercury. Da kam es mehr vor als hier. Ja. Was? Was? Da kam es mehr vor als hier. Nein. Wir waren zumindest in einem Gay-Club und es gab halt immer noch so diesen unterschwelligen Lover. Ich habe den Film ganz anders gesehen als du. Wie krass. Ja. Vielleicht sollten wir uns nochmal zusammensetzen und den Film zusammenschauen. Nee, aber genau. Das ist jetzt etwas, was mir in diesem Film aufgefallen ist und das stößt mir halt natürlich ein bisschen auf, weil ich es natürlich schade finde, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, wo wir ganz, ganz wenig in der Vergangenheit an Künstlern, an Darstellern haben, die offen, schwul oder lesbisch oder queer oder trans gelebt haben konnten. Und wenn man das im Nachhinein dann nochmal irgendwie so unter einen Teppich kehrt oder es so nebenbei erwähnt und man sich das eigentlich denken muss oder man muss die Vorgeschichte kennen, finde ich das schade, weil ich, wenn ich jetzt als junger Mensch mir so einen Film anschaue und interessiert bin, ein Ballett etc., suche ich natürlich auch nach Verbindungen zu mir. Und wenn ich dann irgendwie so ein Wischiwaschi-Ding habe und es dann doch eher so für, vor allem für Heterosexuelle so wirkt, als wäre das halt ein heterosexueller Mensch gewesen, der nur heterosexuell gebetet hat. Na gut, aber du musst jetzt aber auch, ich verstehe, woher du kommst und warum das wichtig ist, das kann ich nachvollziehen. Aber natürlich ist auch nicht jeder Balletttänzer gleich schwul. Aber davon mal ganz abgesehen. Aber das möchte ich halt, das möchte ich nämlich halt auch mehr. Also ich bin auch an den Film nicht rangegangen, dass das jetzt ein homosexueller oder ein heterosexueller Tänzer ist. Ich habe es auch im Laufe des Films dann erst gemerkt, dass da was ist. Und jetzt, wo wir dann vorher darüber gesprochen haben und wo ich noch zwei, drei Sätze über ihn gelesen habe, ist mir das dann auch aufgefallen. Denn er ist ja auch an HIV gestorben. Also ich weiß relativ viel über Noreev und vielleicht spielt er natürlich auch eine Rolle, dass ich eben wusste, dass er homosexuell ist. Also er hat auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Auch öffentlich nicht. Und das ist doch gut. Ja, ja, aber vielleicht führt es ja auch dazu, dass ich den Film dann einfach, dass das für mich eine Selbstverständlichkeit war. Also was ich halt ganz gut finde oder ich verstehe, ich kann das nachvollziehen und warum das auch ein Problem sein kann. Aber ich habe es halt nicht so gesehen. Dann ist jetzt aber auch die Frage natürlich, vielleicht ist ja dann auch meine Seite davon geprägt, dass ich es eben wusste vorher schon. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ganz unabhängig von der Tatsache, also es spielt eine Rolle, man sollte darauf achten, stimmt. Was ich aber ganz gut finde generell in dem Film ist, dass eben das keine Hauptrolle spielt. Da wird mit gespielt. Das ist für die Figur vielleicht auch natürlich wichtig, klar. Aber hier geht es eigentlich darum, dass ein Künstler, und in dem Fall ist es das Medium Tanz, wobei man ja auch sieht, dass er auch an anderen Dingen interessiert ist, also bildende Kunst und Malerei und ja, alles Mögliche. Und dass er sich ja auch eben Museen und Bilder und Kirchen und so weiter anschaut. Das wird ja in dem Film auch ganz, ganz, ganz wichtig gezeigt und immer wieder gezeigt. Hier geht es ja eigentlich darum, dass ein Künstler getrieben ist von der Kunst und dass er in den Westen flüchtet, um seine Kunst auszuüben. Also es geht ihm um den Tanz. Ja, auch. Aber nicht nur das. Natürlich geht es auch um die Unterdrückung und so. Aber es geht zum Beispiel nicht um eine Love Story. Ja? Nein. Also das, nein, 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 nein. Es geht um das komplette Bild. Es geht um das komplette Bild. Und dieses komplette Bild wird nur ganz, ganz schemenhaft in diesem Bereich halt dargestellt. Da muss man sich das wirklich schon herbeidenken. Ich gebe dir Brief und Siegel, würde sich ein heterosexueller Mensch, der jetzt nicht irgendwie sagt, von Grund auf das Ballett irgendwas mit Schwulen zu tun hat, die Person würde das nicht mal ansatzweise rauslesen, dass das jetzt eine Beziehung zwischen ihm und seinen damaligen Englischlehrer oder wer auch immer das war. Nein, 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 nein. Dafür war es zu eindeutig. Dass die beiden in einer Beziehung sind? Natürlich. Quatsch, nein. Doch, selbstverständlich. Wir sollten mal irgendwann irgendwie eine neutrale Person rankassen und die da vorsetzen. Ich wette mit dir. Und das ist nämlich genau das, was ich nämlich meine. Es gehört zu dieser Person. Und wenn du ja schon sagst, dass er in seinen Lebtagen offen mit seiner Sexualität umgegangen ist, du darfst es nicht verwechseln mit einer heterosexuellen Person, die, wenn sie durch den Tag geht, aufwächst mit ihrer Sexualität, in dem Sinne halt immer wieder eine Spiegelung erfährt, die ständig im Endeffekt gesagt bekommt, das ist normal, das ist normal, das gehört zum Alltag. Und es gibt sowas wie Homosexualität, zumindest jetzt sagen wir mal in der Zeit, wo er gelebt hat, das war etwas absolut Unnormales. Ja gut, aber was ich nicht verstehe ist ... Und deswegen ist es wichtig. Aber guck mal, du hast zwei Männer, die zusammen nackt im Bett liegen und dann stehen sie am Ende ... Nicht ganz nackt. Okay, einer ist definitiv nackt, ja. Der andere hat eine Decke drüber. Aber ich glaube, selbst wenn du keine Ahnung hast davon, dass Nureyev offen und out war quasi, selbst dann kannst du das nicht missinterpretieren. Dafür ist es zu eindeutig. Ja, lassen wir mal so stehen. Ja, aber findest du denn, das ist ja das, was ich gesagt habe, was ich ja eigentlich abunabhängig davon, wie das jetzt ist, oder also abunabhängig von der Geschichte, finde ich ja, dass es eben nicht um die Sexualität der Figur geht. Das spielt natürlich für den Charakter auch eine Rolle, das ist richtig, das ist auch wichtig, natürlich. Aber es spielt nicht die Hauptrolle, es ist nicht der Hauptgrund, warum er sagt, er flüchtet. Also es ist jetzt nicht der sexuell unterdrückte Tänzer, der irgendwie sich nicht ausleben kann. Das ist ja nicht die Haupt, das spielt für mich nicht die Hauptrolle. Das ist nicht der Grund, warum er fliegt. Er ist unterdrückt in einem System, natürlich, dazu gehört auch die Sexualität, aber das ist nicht der Hauptgrund. Es geht hier wirklich, so habe ich das gelesen eben, um den Künstler, der sich nicht ausleben kann. Und natürlich auch um den Charakter, der nicht unterdrückt werden möchte, ganz generell, in bestimmten Freiheiten, die er hat, wie Ausgehen, wie Sachen irgendwie sich angucken und so weiter. Aber das war für mich hier der rote Faden. Ich weiß nicht, für dich weniger oder doch? Ja, grundsätzlich, also wie gesagt, ich habe vorher nichts von ihm gewusst und ich wusste auch nicht großartig, wie der Film dann aufgebaut wird und was für ein Ziel dieser Film dann haben wird. Das heißt, du wusstest auch nicht, dass er geflüchtet ist, tatsächlich? Nein, ich wusste gar nichts. Ach lustig, weil dadurch, dass ich das ja alles wusste, wusste ich auch, wie der Film ausgehen muss. Das war nur die Frage, an welcher Stelle des Lebens hört er quasi auf. Genau, und deswegen war dieser Film die ganze Zeit für mich so ein großes Fragezeichen bis zum Ende hin. Und wo ich mir auch jedes Mal die Frage gestellt habe, diese einzelnen Personen, die kurz oder mehr oder weniger kurz dann in seinem Leben eine wichtige Rolle spielen, wie wichtig sind diese Personen jetzt allgemein, jetzt für die Geschichte, für die Handlung? Und wir springen ja immer in die Vergangenheit zurück, dann sieht man den Lehrer und die Ehefrau, dann sieht man nochmal die Eltern von ihm und die ganz komischen Beziehungen, die er auch zu den ganzen Leuten führt. Also eigentlich hat er gar keine richtigen Beziehungen. Also diese ganzen Leute helfen ihm zwar, mehr oder weniger, oder halten ihn unten, weil sie einen gewissen Stand halt nur erreicht haben, oder ziehen ihn dementsprechend halt ein bisschen hoch. Aber im Endeffekt, man spürt die ganze Zeit im Film hinweg nicht, wohin will er? Will er denn, also ist er jetzt glücklich, ist er traurig mit der Situation? Er will immer irgendwo hin. Aber dieses Gefühl, wohin will er eigentlich? Will er jetzt eigentlich flüchten? Will er jetzt da bleiben? Ist er zufrieden damit? Ist er unzufrieden? Die ganze Zeit hinweg habe ich dieses Gefühl verspürt und wusste nicht, worauf es hinausläuft. Dann natürlich, wo es dann halt immer weiter gegen Ende ging, da war es natürlich offensichtlich, dass er dann flüchten wird. Aber kann man sich sagen, dass das vielleicht insofern ein Plus des Filmes ist, weil das vielleicht genau den internen Sturm, der in ihm tobte, also dieses Nicht-Wissen, was zeigt das nicht vielleicht genau, gibt es nicht genau das wieder, wie es ihm selbst auch ergangen ist? Ich hätte gerne mehr von den Schauspielern gesehen, in dem Sinne, also was ich ja schon sagte, er wirkte für mich vom Schauspielerischen her wie ein Holzklotz. Also ich konnte nicht hinter seine Fassade blicken, ich konnte nicht sehen, was ist das für eine Person? Was will diese Person? Wo ist der Ehrgeiz dahinter? Wo ist sein Ziel? Das konnte ich die ganze Zeit nicht spüren. Es wirkte halt jedes Mal wie so ein weißes Blatt Papier, der jetzt mit seinen Unterdrückern spricht, der jetzt mit den Leuten spricht, die er interessant findet. Also es war für mich nicht eindeutig, die ganzen Filme nicht. Und das würde ich sagen, vielleicht wäre das halt mit einem anderen Schauspieler besser gewesen. Aber das war jetzt so das Gefühl, was ich jetzt beim Schauen immer hatte. Also ja, teilweise kann ich das nachvollziehen. Auf der anderen Seite habe ich das aber auch so ein bisschen als Absicht empfunden für den Charakter, weil man ja also, dass man eben nicht tiefer in den Charakter eingetaucht ist. Das war für mich auch ein bisschen Absicht, dass man immer so dieses, weil das ist ja auch, dass beim Tanz sieht man ja immer nur das schöne Äußere. Also, dass du so ein bisschen auch diese glatte Oberfläche vielleicht hattest. Aber ich kann auch verstehen, dass man das als ein Negativ bei diesem Film sehen kann. Und dann sitzt man natürlich wieder zwischen allen Stühlen. Möchte man einen Film mit einem sehr guten Schauspieler, aber einem grottlichen Tänzer? Oder möchtest du einen ordentlichen Tänzer und dafür vielleicht nur einen halbordentlichen, ja, mittelmäßigen? Also man muss sagen, der war ja, ich fand den dafür, dass er Tänzer ist, fand ich ja nicht schlecht geschauspielert. Muss man ja auch dazu sagen. Aber das ist natürlich dafür, dass, wenn man schon diese Ausnahme macht, ja, ist halt schwierig. Also da ist die Frage, auf was man da eher Wert legt. Und, ja, schwierig. Was ich vorhin noch sagen wollte, weil wir uns ganz kurz nochmal über seinen Lehrer und dessen Frau und diese seltsame Dreiecksbeziehung unterhalten haben. Ich wollte noch sagen, in Nuriyevs Leben waren ältere Frauen, in vielen Stationen seines Lebens waren ältere Frauen wichtig für ihn. Auf die eine oder auf die andere Weise. Und ich glaube, das wird hier auch so ein bisschen gezeigt mit dieser Dreiecksbeziehung. Da steckt ja eben auch, ja, und auch sein schwieriges Verhältnis vielleicht auch mit der Mutter oder mit der Familie an sich. Also da sind so ein paar, werden so ein paar Dinge aufgegriffen oder angedeutet auch, die grundsätzlich dann später noch für den Tänzer eben eine gewisse Rolle gespielt haben. Aber ich finde auch hier, der Figur so ein bisschen, so ein bisschen Dinge mitgegeben haben, wo man sagt, hätte ich vielleicht mehr gerne drüber erfahren. Ja, also das Verhältnis zur Mutter, dieses seltsame Verhältnis zu dem Lehrer, diese Vater-Mutter-Kind-Konstellation und gleichzeitig aber auch diese sexuelle Komponente, aber gleichzeitig auch diese devote Komponente des Ehemannes, der aber auch gleichzeitig der Mentor und Lehrer war. Also das ist alles sehr, sehr, wie gesagt, ich hätte mir eher, am liebsten hätte ich einen Film darüber, ja, das hätte ich spannender gefunden, so als Erforschung. Und da gibt es auch viele psychologische Ansatzpunkte, ich finde, die sich dann noch ein bisschen erklären, wenn wir ihn später in Paris sehen zum Beispiel. Also es gibt so ein paar Dinge, die vielleicht auch ein bisschen erklären, warum der in diversen Situationen austickt, ja. Also wir haben eine Szene, da sitzt er im Restaurant und da ist eben ein russischer Kellner und da hat er das Gefühl, dass dieser russische Kellner eben auf ihn hinabschaut, weil er nur ein, ja, irgendwie einfacher Bauernjunge ist, ja. Und er sagt, und das passt so ein bisschen auch, passt sehr schön zu diesem Film an sich, er sagt, ich spiele einen Prinz auf der Bühne, aber ich bin kein Prinz im Leben, ja. Und also, dass da auch einfach so eine Geschichte, eine Selbstwertgeschichte mit drin hängt für diesen Charakter und dass da vielleicht auch vieles motiviert ist, dieses Austicken und dieses Um-sich-Schlagen wie so ein Tier in der Falle oder so, also da waren auch so, wie gesagt, so ein paar psychologische Komponenten drin, die ich ganz spannend fand, die ich mir ein bisschen mehr erforscht gewünscht hätte. Ja. Ja, die haben sich halt für die Zehn-Minuten-Geschichte entschieden, die sie dann im Endeffekt dann ausgeschmückt haben. Was sie übrigens auch gemacht haben, nochmal, das möchte ich noch erwähnen, was sie auch gemacht haben und was natürlich auch so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass man diese Holzhammer-Geschichte hatte, sie haben immer versucht, also sie haben wohl zum Teil mit Original-Kameras gedreht aus den 60ern, ich finde, das sieht man auch, ja. Also wenn sie dann in Paris sind, wenn er da ankommt und dann wird eben Paris gefilmt, dann ist natürlich alles bunt und laut und schön, aber es sieht ein bisschen aus, als hätte einer mit einer 8-Millimeter-Kamera gefilmt, ja. Also das ist schon... Was aber einen schönen Charme hat. Ja, genau, das fand ich auch sehr charmant. Und was aber auch gemacht worden ist, und das war natürlich wirklich extrem Holzhammer, immer wenn wir die Kindheitsszenen hatten oder die Szenen, die irgendwie in Russland gespielt haben, wurde so ein Graufilter drüber gelegt. Es ist immer Winter gewesen in seiner Kindheit, es war immer kalt und Winter und öh, und es war immer so ein Graufilter drüber. Also das war schon sehr Hollywood, ja. Wo ich mir dachte, Leute... Ich sag ja Holzhammer, das war ein bisschen zu viel. Ja, aber kommen wir mal zum Fazit. Ja. Was für eine Bewertung würdest du geben? Ich hätte ihn mir 30 Minuten mindestens kürzer gewünscht, muss ich auch sagen. Also das hätte dem Film, glaube ich, ganz gut getan. Ja. Also, ich bereue nicht, dass ich ihn gesehen habe. Mhm. Also, es war jetzt keine verlorene Zeit. Aber, wie gesagt, es gab ein paar Dinge, die hätte ich mir einfach anders gewünscht. Deswegen, wenn ich jetzt bewerten müsste, zwischen, sagen wir mal, 0 und 5, 5 ist sehr gut, 0 ist sehr schlecht, dann würde ich dem eine 3 geben. Solider Film, okay. Aber, ja, muss man nicht gesehen haben. Leider. Hm, ja. Also 3 würde ich auch definitiv geben. Ob man den nicht gesehen haben muss. Also, wäre... Guckt euch lieber eine Dokumentation über Noreev an oder geht auf YouTube und guckt euch Noreev-Clips an, Solos oder irgendwie, da gibt es auch, keine Ahnung, seinen Auftritt in der Sesamstraße mit Miss Piggy oder was auch immer. Ja, also, ja. Okay, also eindeutig eine Nicht-Empfehlung. Das ist so schwierig, weil er war ja wirklich, also, ich glaube, ich bin zu streng. Denn er war ja jetzt nicht wirklich schlecht, aber er war halt auch nicht großartig. Ja, man kann ihn sich mal angucken, wenn man mal einen freien Abend hat. Man hat mal Lust, irgendwie so ein bisschen, irgendwie so Thriller und Tanz so ein bisschen sich anzugucken. Dann kann man den sich anschauen, da ist es schon ein nett verbrachter Abend, ja. Also, so ist es nicht. Also, das ist ein Film, den du auf Arte irgendwann abends siehst, einschaltest und sagst, okay, den kann ich mir jetzt gerade geben. Ich habe gerade Lust auf diesen Film, auf so einen Tanzfilm, wo du noch ein bisschen Kontext bekommst und dann basiert es auch noch auf einer wahren Begebenheit. Das ist schon ganz nett. Was ich ein bisschen schade finde, ist ganz einfach, dass die den Hauptdarsteller halt so ein bisschen, ja, nicht so gut besetzt haben, meiner Meinung nach. Und, ja, also Kleinigkeiten so ein bisschen platt waren. Aber ansonsten fand ich den okay, ich würde den aber nicht nochmal sehen. Ja, das kann ich so unterschreiben. Gut, dann würde ich sagen, haben wir genug gequatscht über den Film. Das war The White Crow. Britt, vielen Dank, dass wir uns darüber unterhalten konnten, wie wir diesen Film fanden. Ja, fand ich auch gut. Und fand ich vor allen Dingen spannend, weil wir auch dann doch ein bisschen anders beide jeweils den Film gesehen haben. Aber das war ja dann mal, ja, eine ordentliche Diskussion. Das stimmt. Und vielen Dank euch, die ihr uns jetzt noch zugehört habt. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen auf dieser wunderschönen Fahrt über die Mosel, an der Mosel entlang, im Moselgebiet. Trinken Sie ein Glas Wein, gucken Sie sich die schönen Weinberge an und hören Sie den Podcast, die Telestammtisch Filmkritiken an. Genau. Genau. Ich bin ihr Käpt'n, ihr Mosel-Käpt'n, Steffen. Und bei mir ist Matrosin, Kathi. Hallo. Hallo. Kann es sein, dass du schon ein Wein zu viel hattest? Ich mag ja gar kein Wein. Ich finde, das ist eklig. Ich hasse Wein. Das ist so, man kann es dem hiermit jagen. Und es gibt ja so diese alte Nummer. Dann probier doch, weil ich ja für die Bitturien alt genug könnte, Alkohol trinken. Dann probierst du das und du spuckst es schwer über den Tisch. Genau. Und dann, wenn du 30 Jahre und älter bist und sagst, du magst den immer noch nicht. Und Leute, ja, aber der hier schmeckt ganz anders als die anderen. Probier den mal. Genau. Das schmeckt für mich alles wie verschimmelter Traupensaft. Ist es ja irgendwie auch. Ja, aber die sagen halt immer, das hat so einen erhaltigen Nachgeschmack. Und die sagen, ja, du schmeckst es wirklich. Also Wein und ich werden keine Freunde. Das ist, glaube ich, schon mal klar. Gut, dass wir hier in einem Film und nicht in einem Weinbesprechungspodcast sind. Da wäre ich absolut fehl am Platze. In der Tat. Das kann ich schon mal sagen. Wir haben einen Film gesehen, der jetzt demnächst die Woche in ausgewählte Kinos in Deutschland kommen wird. Vorganglich in der Mosel-Region, lustigerweise. Und auch in einigen anderen Kinos in Deutschland. Wir haben gesehen, Moselfahrt aus Liebeskummer. Ein Heimatfilm aus den Jahren 1953. Also ich habe schon Filme von ihm gesehen, die ich sehr mochte. Gut, Hoffmann. Und der Film ist noch mal digital restauriert worden. Also da ist noch mal ein bisschen nachgebessert worden worden. Und der kommt jetzt eben die Woche ins Kino. So sieht es mal aus. So, willst du mal beschreiben, worum es in diesem schönen Schwarzweißfilm geht? Ja. Es ist eine Liebesgeschichte, wie der Titel ahnen lässt. Ein Mann, ich weiß gar nicht, was der von Beruf ist. Kunsthistoriker oder sowas. Vorganglich. Dargestellt von Will Quartflieg, ein bekannter Schauspieler seiner Zeit. Möchte eigentlich mit seiner nahezu Verlobten eine Mosel-Reise machen. Die ist Opernsängerin. Möchte eigentlich lieber nach Paris oder Wien oder Rom. Oder hast du nicht gesehen? Und am Tag der Abfahrt ist sie nicht wie versprochen zu Hause, als er sie abholen will mit dem Auto. Und deshalb fährt er erbost und enttäuscht alleine los. Das ist so der Auftakt. Sie im Nachgespräch mit einer Freundin stellt fest, da musst du das ja alles falsch verstehen, dass ich nicht da war. Ich fahre ihn mal hinterher, um ihn zurück zu erobern, nachdem sie eigentlich sauer auf ihn war. Jetzt sind die beiden also getrennt an der Mosel unterwegs. Und er begegnet zuerst mal einem kleinen Jungen, der sich verlaufen hat. Und über diesen lernt er dann die Mutter kennen. Wir sagen auch noch mal eben den Namen. Genau, das ist Oliver Grimm. Also gespielt von Oliver Grimm. Der junge Kaspar. Der junge Kaspar, genau. Und der ist mit seiner Mutter Angela unterwegs, die eine Mosel-Reise macht, auf den Spuren sozusagen einer Reise mit ihrem Ehemann, der verstorben ist. Der will Quartflieg, lernt dann eben diese Mutter Angela auch kennen. Über diverse Umwege freunden sie sich an. Vor allem Kaspar, der Sohn, ist eben sehr erpicht darauf, will Quartflieg zu seinem Papa zu machen. Und so plätschert das vor sich hin, sie nähern sich an. Es gibt dann noch so einen Herrn Großvater, wird er genannt, den Kaspar und seine Mutter im Zug kennenlernen. Und die ehemalige Anverlobte, die Opernsängerin, ist dann auch an der Mosel unterwegs und steigt da einen fremden Mann ins Auto, den sie da auch kennenlernt, der ja anbietet, sie ein Stück mitzunehmen, nachdem sie irgendwie ihn kennengelernt hat, weil sie einen Schal vergessen hat im Café. Auf jeden Fall geht das ein paar Mal noch hin und her und es liefert sich so ein bisschen diese Heimatfilm-Romantik, Liebesschnulze, möchte ich vielleicht noch ein bisschen relativieren. Aber es ist so die ähnliche Dynamik wie ein Liebesfilm und Heimatfilm der damaligen Zeit drin. Ich muss den schon mal gesehen haben, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Weil meine Oma hat solche Filme immer samstags nachmittags bei ZDF im Fernsehen gesehen. Das ist gut möglich. Es gab eine Zeit, als wir beide Kinder waren, da liefen die recht regelmäßig noch. Ich kenne auch viele von diesen Schwarz-Weiß-Filmen, von diesen Klassikern, bin mir bei dem aber auch nicht mehr sicher, was hauptsächlich daran liegt, dass sich Oliver Grimm aus so vielen anderen Filmen kennen. Das ist ja ein sehr niedlicher Junge, der hat auch einen kleinen Mann ganz groß. Wie der Vater mit dem Sohne, das ist der legendäre Heinz-Röhmann-Film, aus dem dieser Lali-Loo-Song kommt. Genau. Der Junge in diesem Bett, das ist auch Oliver Grimm, der in diesem Film mitspielt. Genau, der musste damals alle Kinder spielen wahrscheinlich. Gleichzeitig. Ja. Und der war später noch Synchronsprecher-Ambar rausgefunden, war unter anderem, das müssen in den 80ern gewesen sein, die deutsche Stimme von Kimber der Weiße Löwe. Genau. Und dann haben wir ein paar andere Stimmen gemacht. Aber er war jetzt außer von seiner Theaterbühnenzeit und so ein bisschen Film und Fernsehen nicht besonders aktiv und ist vor zwei Jahren auch verstorben im Alter von 69 Jahren. Und hier sehen wir ihn als Fünfjährigen. Ja. Aber für einen Fünfjährigen spielt er das schon ganz solide, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Es kommt ihm natürlich zum Mut, dass er wirklich ein niedliches Kind war, wo man schon immer so, oh, ist der süß, sagt. Wie ich. Und ja, allerdings ist der Film insgesamt jetzt in keinster Weise besonders herausragend. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, da ist jetzt die Szene drin, die habe ich mir gemerkt, so wie das Lali-Lu-Schlaflied eben oder andere Dinge aus anderen Filmen, wo man sagt, ja, das ist der Film, genau. Wenn du mir den Titel gesagt hättest, würde ich es nicht auf die Reihe kriegen, weil die Geschichte jetzt nichts Außergewöhnliches enthält. Ich habe am Anfang schon erwähnt, dass es der Film von Kurt Hoffmann ist, der zwei andere Filme gemacht hat, die ich glaube ich beide letztes Jahr zum ersten Mal gesehen habe. Der eine ist Hokus Pokus, den du sehr gerne magst. Ja. Aber nicht aus der Richtung von Kurt Hoffmann, sondern aus der Richtung von Kurt Götz. Richtig. Der sehr viel geschrieben hat. Und gemeinsam haben wir letztes Jahr mit deiner Mutter zusammen Drei Männer im Schnee gesehen. Ja. Was eine deutsche Komödie ist, mit so einem richtig furztrockenen Humor. Ja. Und ich liebe diesen Film. Der ist toll. Der ist richtig gut. Und das sind beides Kurt-Hoffmann-Filme. Und ich hätte mir das auch so ein bisschen von diesem Film gewünscht. Und dem fehlt so ein bisschen so diese Spritzigkeit. Da sagtest du, glaube ich, zwischendurch auch mal so, da ist jetzt nichts drin, was sich jetzt so anspringt, dass kein Heinz Erhard drin, der nochmal so ein Comic Relief ist oder sowas. Sondern ich glaube, dass der Film sich so sehr oft diese getragene, ruhige Stimmung so ein bisschen ausruht auch. Also es erzählt natürlich auch jetzt nicht die Geschichte von irgendwie einem leichten Sommerflirt oder ähnliches. Weil die ProtagonistInnen dafür allesamt nicht ausgelegt sind. Die bringen halt alle ihre Geschichte mit, mit Enttäuschungen und überhaupt. beziehungsweise die Schiene mit der Opernsängerin und dem anderen Mann, die wird zu wenig erzählt, sozusagen, als dass da eine leichte Sommerliebe daraus werden könnte. Und die andere Geschichte hat halt einfach eben mit dem Verlust des Ehemannes, mit der frischen Trennung von der vorherigen Padukten und so zu tun. Das ist einfach zu schwer für sowas leichtes Spritziges. Und es passiert schon eine gewisse Annäherung, aber eher über den kleinen Jungen. Genau. Und den Tom, den von Will Quartflieg. Genau, den von Will Quartflieg. Quartflieg, genau. Es gibt gar nicht so viele Szenen zwischen Will Quartflieg und... Zwischen Mutter und Tom. Genau, zwischen Mutter und Tom. Und das ist so ein bisschen... Es ist schön zum einen, weil es nicht dieses, was es häufig in diesen Heimatfilmen gibt, so dieses tendenziell übergriffige Verhalten zeigt und darstellt und auch noch feiert. Aber es gibt so wenig Momente, wo irgendwer herzhaft lacht, wenn der Kleine nicht dabei ist. Oder sich wirklich über irgendwas freut oder so. Und das ist ein bisschen schade. Wo der Film wirklich punkten kann. Und ich glaube, da kommt dann auch so der Kultfaktor her, den dieser Film auch ein bisschen genießt, ist tatsächlich dieses gedreht an Originalschauplätzen. Weil der Film halt wirklich zu 80% aus Außenaufnahmen besteht. Da ist ganz wenig im Studio gedreht worden. Das heißt, die blenden da oder fahren mit der Kamera wirklich einmal die Mosel rauf und wieder runter. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute damals bei Erstausstrahlung in den Kinos, der ist im Westen und im Osten gelaufen, glaube ich, auch so begeistern. Und das hat eben, weil das was gewesen ist, was man vielleicht nicht jeden Tag gesehen hat. Und gerade die Mosel-Region, also das weiß ich aus meiner Kindheit, hat bei meinen Großeltern einen unfassbar hohen Stand gehabt. Das war was total Romantisiertes. Ich weiß nicht, ob die jemals da gewesen sind. Das kann ich nicht sagen. Aber wenn es um die Mosel geht, da haben die, ach, das muss doch so schön sein. Ach, das ist doch mit den Weinbergen. Und dann einfach eine Moselfahrt machen. Also eine Moselfahrt wirklich, die Titelgebende gemacht zu haben. Das war, glaube ich, in den Augen meiner Großeltern was ganz, ganz Erstehenswertes. Ich könnte jetzt nicht schwören, ob sie mal da gewesen sind oder nicht. Ich würde fast sagen, ja, aber ich könnte mich beschwören. Ich persönlich war noch nicht da. Also ich wüsste jetzt nicht, wahrscheinlich bin ich mit dem Zugrand vorbeigefahren, wenn ich von Norddeutschland zu dir runter nach Stuttgart gefahren bin. Ja, das ist gut möglich. Ich weiß, ich war mit meinen Eltern in der Ecke auf jeden Fall. Also nicht komplett Mosel, sondern so das Mischgebiet zwischen Rhein und Mosel. Wenn meine Eltern eine Ferienwohnung hatten, die sie jetzt dauerhaft vermietet haben. Und die haben dann öfter mal da Urlaub gemacht, als sie noch nicht dauerhaft vermietet waren. Da tauchten noch so ein paar Ortsnamen auf, Bernkastel und sowas, wo ich durchaus schon gewesen bin. Jetzt hat für mich als farbsehender Mensch und Kind des Farbfernsehens das Manko so, dass diese Heimatromantik in schwarz-weiß ein bisschen dünn ist mittlerweile. Es ist filzern. Also bei Heimatfilm denke ich halt an grüne Wiesen und die blauen Schürzen, die beim sich drehen über die grüne Wiese halt rund um die Frauen herum. Also ein bisschen Sound of Music halt. Das ist für mich einfach so prototypisch Heimatfilm. Viele davon sind halt leider in schwarz-weiß, weil es damals kein oder wenig Farbfilm gab. Gerade in Deutschland, so kurz nach dem Krieg. Konnte ich aber verzeihen, weil der Film trotzdem Stimmung rübergebracht hat, dieser Heimatfilm. Das stimmt. Ich will mich jetzt nicht als großen Kolosseur von Heimatfilmen bezeichnen. Da gibt es auch innerhalb dieses Tele-Stammtisch-Projekts Leute, die da eher drauf abgefahren sind. Aber ich glaube, die haben dann auch eher so diese bunten, diese knallbunten, wo dann auch mal ein Heiß-Schenk durchs Bild läuft und einen lustigen, trockenen Witzmacht oder so was oder Peter Alexander oder irgendwer. Genau, weil die weiß-rot-karierten Tischdecken liegen und sowas alles. Genau, oder weiß-blau, je nachdem. Also das sind glaube ich dann eher so die Kategorien, wo Heimatfilm dann funktioniert. Ich finde, der Film hat aber dadurch, dass er in schwarz-weiß ist, auch nicht so diesen Kitsch, den Heimatfilm sonst hat. Das stimmt. Das ist glaube ich, also der kommt relativ unprätentiös dahin. Das ist einfach ein Urlaub von ein paar Leuten und dann finden zwei zusammen. Und wie es dann ausgeht, bleibt ja auch für uns alle offen. Das ist ja jetzt nicht so, dass man die Antwort kriegt, wie in anderen Heimatfilmen, wo dann oft ja auch die Hochzeitsglocken läuten und der Reiz geschmissen wird. Genau. Es ist auch tatsächlich, was ich ganz schön finde, so alles, was an Heimat gezeigt wird. Es gibt zum Beispiel dieses große Weinfest, wo die in dem Wirtshaus total ausrasten, alle und laut, fröhlich, Dinge und lalalalala. Und dann kommt der Herr Großvater aber und sagt, das ist ja furchtbar, weil das muss man eigentlich in Ruhe genießen. Und sie nehmen eben nicht teil an diesem Fest und sind laut und fröhlich, sondern gehen in so ein gemütliches Wirtshaus, wo man halt am Stammtisch beisammensitzt und sich was erzählt. So, da sitzt noch der Bürgermeister dabei. Das fand ich sehr schön tatsächlich, dass es da eben eine andere Schiene eingeschlagen hat. Dafür fehlten aber eben so schön, das war dann doch so zwei, drei Highlights im Film, die prägnant waren irgendwie. Ich glaube aber, dass das eher so ein Kultfaktor ist, den der Film hat, was dann den Film auch besonders macht, dass er jetzt auch nochmal digital restauriert ins Kino kommt. Jetzt auch nicht in alle Kinos, sondern eben nur in Ausgewählte. Vielleicht auch so ein touristisches Ding ist natürlich für die Mosel-Region. Dann auch so diese Romantisierung nochmal unterstützt. Und wie ich finde, auch nicht kitschig unterstützt. Das war ein recht ernster Film, wenn der kleine Kaspar auch wirklich niedlich war. Aber das ist jetzt nur wirklich kein Film, wo du dich die ganze Zeit vor Lachen ausschüttest. Das fand ich sehr angenehm. Ja, und die ganzen Landschaftsaufnahmen, das ist so dieses runde, rosa, munde Pilcher-Prinzip, wo einfach die Landschaften dann ein bisschen auch den Schaubierd ausmachen. Und ich glaube, da ist es nochmal von Vorteil, wenn man aus der Region kommt oder die Region sehr gut kennt, und einfach auch so dieses Flashback hat. Von wegen, hier hat es mal so ausgesehen und jetzt sieht es hier ganz anders aus. Und überhaupt, abgesehen von dem Farbaspekt. Aber das hat schon immer mal was. Das stelle ich fest, wenn Filme in der Region spielen, die ich gut kenne, dass ich denke, ach Mensch, guck, so sah das damals aus. Wenn ihr das Genre mögt, wenn ihr alte Heimatfilme mögt, wenn ihr Fans klassischer deutscher Filme seid, ist das in jedem Fall was für euch. Mein Lieblingsfilm wird es nicht werden. Nee, auch wenn ihr einfach nur Fans von Will Quatsch fliegt, sei das auch gut. Oder Oliver Grimm. Oder Oliver Grimm, von dem man eigentlich ein Fan sein muss. Oder Kurt Hoffmann, der braucht sehr viele. Ich habe Quacks, der Bruchpilot, glaube ich, vor 12,50 Jahren das letzte Mal gesehen. Das ist übrigens der Grund, warum ich mir lange Zeit Will Quatsch fliegt Namen nicht merken konnte. Weil Quacks und Quatsch fliegt war für mich immer so ein Gemisch. Wie gesagt, Drei Männer im Schnee, einer der besten deutschen Schwarz-Weiß-Filme, wo es gibt. Also guckt euch erst diesen Film an und danach Drei Männer im Schnee. Ich habe Tränen gelacht. Das wäre fantastisch. Fantastisch. Ja. Ansonsten, also es ist wirklich ein schöner Film. Ist nicht im Kitsch verhaftet. Man kann ihn sich durchaus angucken. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Werden Sie uns bald wieder, wenn es wieder heißt, Moselfahrt aus Filmkritiken. Tschüss. Applaus 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 Vielen Dank.